Hier ist der Elektro-Rammstein-Fan In seinem Karavan, ist der Future-Man Wo kommst du hergekrochen? Das sah jetzt cooler aus, als ob er ein Baseball oder sowas wirft Oh verdammt Oh, das war gut gelöst, nicht wahr? Muss ich mich mal selbst loben, gut gemacht, dankeschön Das kann man nachladen Die kann man nachladen Sonst irgendwas? Nein, sonst nichts mehr Verfluchte Scheiße Ich hab's ja so gewusst Ja, ich muss jetzt ein bisschen mehr auf Vorsicht machen Weil's hier doch ein bisschen härter wird Ah, jetzt reicht's aber Ist das Respawn Punkt für euch, oder was? Na, also, Medi Da noch irgendwas? Gut, nichts mehr Okay Weiter Oh ja, ja, nee, ist klar Ne, ist klar Recht euch mal ein bisschen ab Und dann sind wir alle glücklicher Ja, gut, danke Noch hier irgendwas? Nein, hier ist alles dunkel Ich hasse es Oh, cool Ein Glück bin ich hier lang gelaufen Oh, verdammt Ich nehm alles zurück Ich nehm alles zurück Was? Das war doch jetzt grad so ein fliegender Dreckskopf Wie ist halt der geschrien? Wo sei... Wo ist der? Ich seh nichts Ich seh nichts Ha Supi dupi Äh, okay Was ist das? Was sind das für Dinger? Die sehen irgendwie eklig aus Ich weiß auch nicht Bäm Der sah mal eklig aus Vielleicht ist das Geschmackssache Aber ich find die nicht so süß Weiter Medi Okay, gut Fuck Werde ich wahrscheinlich gleich brauchen Fette Sau Ganz Boden wackelt, wenn du läufst Boah Boah Okay Moment, Leute Okay Weiter Ich hoffe Entweder schneide ich das raus Oder ich lasse es Auf jeden Fall Tut mir leid Kurze Unterbrechung gehabt Ach, scheiß doch Weiter Oh, oh Mann Ja Vielen Dank Oh, du kannst mich mal Doppelt und Dreifach So viel kannst du gar nicht mehr haben Klasse Vielen herzlich Was ist denn das jetzt schon wieder gewesen Alles wackelt Wenn jetzt noch einer kommt Ich höre noch einen Verfickte Scheiße Wo ist da noch einer Ich höre dich doch Ich höre dich doch Ich höre dich doch Ich will dich aber nicht Oh, da hinten leuchtet's grün Das ist bestimmt diese Schweinegeile Atomwaffe Rinhen Oh Gott Ne, das ist Munition dafür Okay Oh Mann Oh Mann Nein Zwei von der Sorte Scheiße Ah, fuck Okay Oh Oh Fuck Good God Good God in Heaven Oh, scheiße Oh, scheiße Oh, scheiße Und ich hab mich abgespeiert Nein, ich bin Tot Mist Ganz große Megascheiße Kann ich jetzt nur sagen Ja, na wunderbar Na, ganz große Klasse Hast du wieder gut gemacht Ich klopfe mir jetzt gleich Selbst auf die Schulter Hab ich wieder sehr gut gemacht Dass ich Depp nicht gespeichert hab Keine Sorge Ich verprügel mich gleich selbst Okay Oh, nochmal für vorne Der ganze Spaß Hier kommt gleich ein Hell Knight Oh, doch nicht Hä? Was ist denn jetzt? Ah, okay Kommen doch die Die eklichen Kackdinger Hui, flieg Hierin raus Okay, so kann man sie auch töten Gut Scheiße, das hab ich blöd gemacht Ich werd aber heute sowieso noch ein Teil machen Na, klasse Na komm Verfluchte Rotze Als deckt mich doch alle am Arsch Meine Güte War da noch nicht noch ein Medis? Nein, natürlich nicht Das sind Medis Gut Oh, ey Ich bin fast zum Ausrasten Oh, natürlich Das hat neben geschossen Okay, genau wie vorhin Wie mach ich denn die scheiß drei Hell Knights weg Wie mach ich die drei Hell Knights weg Wie zum Teufel Haben die Entwickler das Spiel überhaupt mal gespielt Bevor sie es auf die Welt losgelassen haben Komm Meine Güte Okay, jetzt kommen sie Jetzt kommen sie Lass mal einen Rocket Launcher nachladen Ah Jetzt kommt sowieso erstmal so ein normales Scheiß drauf Du kannst mich ja mal sowas von kreuzweise Na, klasse Na, wunderbar Speicher Oh, verfickte Kacke Verfickte Megakacke Ich darf mich nicht hier so in die Ecke stellen Oh, scheiße Okay Sales, 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 sales Lad nach, lad nach, lad nach Irgendwann krieg ich den mit einem Magazin plat Fuck Nein Puh Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Noch nicht gespawnt? Ja, klasse Vorhin sind alle drei auf einmal gekommen Typisch Okay, da ist er Oh Mann, ich hasse euch Na wunderbar Die nervigsten zwei Gegnerarten vereint Die Köpfe und die Babys Was kommt raus? Ein ziemlich nerviges Stück im Spiel. Auch wenn es nur sehr kurz war. Oder immer noch ist. Fick you. Mistvieh. Jetzt reicht es mal aber. Okay. Okay, gut. Das war der Teil. Und hui. Drei Hellen jetzt auf einmal. Entwickler. Leckt mich fett, Leute. Leckt mich fett. Einfach leckt mich fett. Und ja, das war es mit dem Teil. Bis zum nächsten.